So, von der Achtung, wir starten mit ihm los. So, dann fangen wir das Ganze erst mal sachter. So, dann fangen wir das Ganze ab. So, dann fangen wir das Ganze an. So, dann fangen wir das Ganze ab. Das war der absolut wahnsinnige Aufwunschung hier immer wieder. Die absolute Monsterfahrt, alles bewegt sich, alles bewegt sich, auf die Dauer, hilft nur Monster Power. Und das ist es, wir machen, wir packen, sie legt los. Oh no, oh no, oh no! Da fehlt was. Das sah der Traum aus. So kommt Freunde, wir drehen wieder um, wir gehen wieder um, das letzte, um das letzte, schon acht. Moment, 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 Moment. Das Bäckerspiel ist super. So Freunde, jeder der jetzt mitspielen möchte, nimmt sich ein Bächer, der Bächer darf auch Wir haben mit dem Mund festgehalten, wo wir am Ende der Fahrt, das meiste, was er noch im Becker hat, er bekommt eine Freifahrt. Also spielen Sie mit und haben Sie die Chance auf eine Freifahrt. Reiben Sie zu, nehmen Sie sich in den Becker. Aber mir ist jetzt so schlecht. Ich weiß immer noch nicht, wie das Becker-Spiel hier funktionieren soll. Wir sind doch direkt alles raus, oder alles? Wir konnten uns ja direkt da rüber in die Becher, die machen nämlich auch mal das Becker-Spiel. Vielleicht wird's dann voller. Ich hab 94 in der Inschliss, wie dieser schön sind. Sechseinhalb tauxend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt von Abenteuer, wenn du sie bist in Italien, von der titel Becker-Spiel. Aber wie soll das gehen bei dem Ch leukstab? Beim Beat-Jumper okay, da steht ruhig im Star. Äh.. ja. Ich bin doch gar nicht ganz so gut gegründet. So, dann fangen wir das Ganze mal ganz gemütlich an, wir fangen an, wir gehen Gas. Becker spielen im November. Oh, alles in der Nase. Dann fangen wir das Ganze mal ganz gemütlich an, die Dusche, ich warme uns für klein. Das Wasser geht fliegen, Freunde, ihr werdet ihr durch, so muss das, so läuft das, ja. Das ist ein bisschen. Es gibt schon das Leben, du bist ein Mensch, für jede Stadt von Tee, sechs und eine halb, tausend Spaß, ich versuch sie zu verstehen. Ja, das ist ein bisschen. Ich will so sehen, was geht, der Leben, aber nicht, wenn ich dich, nur nicht, ich soll ein Mal für mich. Ja, 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 ja. Soll ich hier eigentlich nicht die Hütten, ne? Ach, komm, das ist ja es. Boah, die sind alle nötig! Das ist die absolute Keuchung! So, Freunde, wir halten wieder neu gefahren, neuer Stand. Einmal alle Becher nach vorne halten, die Becher bitte nach vorne halten. Die gucken das ganze Resultat mal an. Der Becher war leer, der Becher sieht gut aus. Hey, da ist noch was drin! Wir sind eh die Einstiege. So, Freunde, wir haben eine Siegerin, die klingelt.